ja ja gibt es ja gerade zu hause könnten zu ihm weißt du noch wegen dem buch ja stimmt ja mehr wir glauben ja dass er das ist glaube ich noch bei dem vorbeischauen was machst du denn hier mit den pferden ja das sind die pferde die für die ich noch kein extra gehege eingerichtet habe auch nicht doch das ist werde dies sehr gerne kuscheln weil komm mal die haben alle verschiedene farben außer die beiden und deswegen muss ich noch um die hegel machen wo ich die dann ordentlich paren kann aber ja das ist jetzt nicht das thema wir wollen wir noch eine rüstung mitnehmen oder gehen wir ohne rüstung weil wenn er das wirklich ist sollten wir vielleicht ein bisschen kurz muss man kurz meinen täschchen schauen ich habe also ich hätte eine rüstung dabei im notfall meine rüstung sunden warte eigentlich wollte ich ja noch nicht anziehen weil besondere augenblick und so naja aber wenn das ist ja warte ich habe ja halt wenn man es mit haben welche rüstung welche mitnehmen ich habe ich bin auch ready gut gehen wir keine zeit verlieren wir sonst hat er auch noch ab wer weiß okay wir gleich da drüben weit weg ist ja eh zum glück nicht aber keinen weiten weg auch okay da sind wir ja mal schauen ob uns aufmacht mutz hallo schulstein hallo guten tag hallo ja guten tag könnten wir vielleicht kurz reinkommen also ja gerne flasche wasser oder so weiß nicht ja kommt rein wir können uns sonst oben gerne auf auf die versetzen wir sind nämlich wegen kleinen anliegen hier also es ist so wir haben einen bricht bekommen von mr t und in dem stand dass wir uns nicht in seine angelegenheiten einmischen sollen und dass wir uns bedroht hat und am ende des briefes naja wie soll ich es nennen war eine art rätsel versteckt und dieses krebs hat uns auf ihren namen geführt also es sind an sich ja noch spekulation wegen mr team server wissen sie dann vielleicht etwas darüber also ich weiß nicht ich habe schon viel gehört über mr t aber noch nicht so viel spezifisches und rätsel was auf meinen namen klingt sehr interessant erzählen sie mir naja da stand auch so und viele ungeklärt ungeklärte ungebaute wege und dass sie sich selbst verpflichtet haben die straßen zu bauen das aber bis jetzt nicht hingekriegt haben es sind sehr viele hinweise auf sie ausgefallen deswegen wollten sie aber fragen ob sie irgendwas sonst zu wissen also habt ihr durst weil ich genau auch kurz was zu holen also ja ok warum läuft denn der jetzt weg wegen dem wasser hätte er gleich machen können aber ich glaube so recht verdächtigt wird er wirkt er schon also was macht denn der haut abt schnell hinterher schnell über den gleichen weg wie er gegangen ist der kommt noch weg der kommt so ja ich sehe nicht wo ist er hin da hinten da hinten ist er hinterher er darf uns nicht entwischen ich sehe nicht mehr siehst du ihn da hier so das hat den bäumen hoch dann können vielleicht abfangen ich sehe ihn dann wieder nicht er vorne ist er davon ok der will in den wald hinein nicht aus den augen verlieren hier ist im wasser ich bin nicht so schnell im wasser ja kommt siehst du ihn noch ja da links ist er aber die tür finde ich verlieren wo ist er denn schon da vorne da vorne da vorne ist warte ich habe ich habe kommt na gott muss das essen so kann ich auch muss man jetzt es ist das sie denn was oh Gott scheiße nein wie kommen wir hä hä scheiße er ist uns entwischt wir müssen das auf jeden Fall schnell der Polizei melden ich würde mal sagen er ist nicht mehr nur ein Verdächtiger er kann ja nur schuldig sein ja also und hier hängen auch diese Banner ja okay das ist eindeutig scheiße ja okay wir müssen zurück ins Dorf und das auf jeden Fall mal mit der Polizei anzuberen und vielleicht kommen wir da irgendwie dann runter okay ja okay ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020